Das nennen wir eine Ikone. Und sie nennen es den Ort, wo sie ihre Mary kennengelernt haben. Wir sagen Generation Golf. Und sie sagen, oje, das waren tolle Zeiten. Wir nennen das ein Benchmark. Sie nennen das ein Spielzeug für große Jungs. Sie sagen Mamis Zauberwagen. Und wir nennen das digitale Innovation für alle. Ist es egal, was wir dazu sagen? Bei diesem Fahrzeug geht es um Sie. Sie, Ihre Leben, Ihre Bedürfnisse, Liebe, Abenteuer, Ideen. Wir haben nur zugehört. Aber Sie alle haben den Golf zum Golf gemacht. Machen Sie es weiter. Tun Sie es noch einmal. Fahren Sie, singen Sie, bleiben Sie vernetzt, bleiben Sie befreundet, bleiben Sie bei uns, heiraten Sie, machen Sie sich Sorgen, wischen, teilen, linken. Darum geht es. Das Leben geschieht mit dem Golf. Was für eine Show bis jetzt. Das ist der Applaus. Hat es Ihnen allen gefallen bis jetzt? Mir auch. Wirklich. Ganz absolut. Also, wenn Sie möchten, habe ich noch weitere positive Nachrichten. Denn es ist noch nicht vorbei. Wir warten jetzt auf einen wirklich ganz besonderen Gast. Einige von Ihnen haben Sie ja schon online im Stream gesehen. Wenn nicht, bin ich sicher, dass Sie ihn alle kennen. Alle mögen ihn. Das ist genau der Mensch, den alle mögen. Und ich glaube, alle haben ihn schon im Fernsehen gesehen. Aber jetzt, während Sie ihn hier haben, hier auf der Bühne, gerade neben mir, heißen Sie unseren Nationaltrainer, unserer Nationalmannschaft. Herzlich willkommen, Jogi Löw. Jogi Löw. Jogi Löw. Darf ich Jogi sagen? Wir freuen uns, Sie hier bei uns zu haben. Geht es Ihnen gut? Ja. Wunderbar. Also, gleich zum Punkt. Sie sind gerade mit dem neuen Golf gefahren. Wie hat er Ihnen gefallen? Zunächst einmal ist für mich ein großes Vergnügen, hier bei Ihnen heute Abend mitfeiern zu dürfen, diese schöne und großartige Veranstaltung mitzumachen. Ich habe heute Nachmittag schon den neuen Golf gefahren und war wirklich beeindruckt. Ich mag den neuen Look, das Aussehen. Es ist ein klassischer Golf, aber sehr dynamisch. Und innen war ich auch wirklich sehr überrascht, denn da ist viel Technik eingebaut. Es ist wirklich ein digitales Fahrzeug. Es ist ein Volkswagen. Ja, ist doch sehr gut. Sie haben es gerade gesagt, wenn Sie hier mit Jürgen Starkmann zusammengefahren sind, was war das für ein Gefühl? Es war ein sehr gutes Gefühl. Wir sind ein bisschen rumgefahren in Wolfsburg und das Fahrzeug ist wirklich sehr dynamisch, aber sehr leise. Und ich habe diese Fahrt sehr genossen. Und was noch was anderes ist und mich sehr beeindruckt hat, war zum Beispiel, als ich heute Nachmittag die Mitarbeiter aus der Produktion getroffen habe, waren Sie wirklich sehr, sehr stolz auf Ihr Fahrzeug. Und ich habe das gespürt, als ich mit Ihnen gesprochen habe, mich Ihre Motivation wirklich wahrnehmen können. Sie haben ein großartiges Team hier. Großen Applaus für unser Team. Ich kann sagen, Sie haben auch ein tolles Team. Sie sind unser Nationaltrainer. Konnten Sie da irgendwelche Verbindungen zwischen Fußball und dem Golf erkennen? Ja, natürlich, denn wenn ich hier auf ein Fußballfeld komme, ist immer irgendwo ein Golf auch da. Es ist wie beim Fußball. Der Golf ist für alle da. Ja, und die Fans kommen ins Stadion, sie kommen mit ihren Autos zu den Spielen. Und das sichert für die Menschen die Mobilität. Gut, wir haben ja ziemlich viele Fahrzeuge um uns herum. Wählen Sie eins aus. Welches würden Sie wählen? Ja, ich dachte, der da wäre eigentlich der Richtige für mich, habe ich mir so gedacht. Der GTI war sicher der Attraktivste, hat viel Leistung und niedrige Emissionen in der Stadt. Ich glaube, das wäre mein Favorit. Gute Wahl. Ich überlasse ihn Ihnen und wähle dann einen anderen. Ist das okay mit Ihnen? Das ist eigentlich eine tolle Auswahl. Herr Löw, haben Sie herzlichen Dank. Ich habe sehr gern mit Ihnen gesprochen hier auf der Bühne, aber es sind ja nur wir zwei. Vielleicht sollte ich noch ein paar mehr Menschen, und zwar die Vorstandsmitglieder hier heraufzubitten. Denn jetzt ist die Zeit, diesen großen Schritt in der Geschichte des Golfs auch auf die Leitwand zu binden. Dann ist es die Zeit, ein Foto aufzunehmen. Genießen Sie den nächsten Teil des Abends. Vielleicht wollen Sie auch weitere Geschäfte miteinander führen. Also feiern wir nun auch an der Bar den neuen Golf. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.